Hier ist eine super Fahrtfahrt direkt bei mir um die Ecke, dann fahre ich halt mal hin. Und wenn es nur um den Olympischen Geist geht, dabei sein, ist alles guter die Zeit aus dem letzten Jahr noch ein bisschen weiter nach unten zu drücken. Passt jetzt auf die rechte Seite. Das ist der unterhaltig schnelle Skyline aus Holland, der schon mal eine 9.5 gefahren hat. Und diesmal etwas langsamer wird. Bleibt auf Rang 2 mit seiner 9.2.